Verdammt noch mal! Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Terbit überfiel uns im Schloss, das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ach, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay, kommt, vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elisabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der britische Cold Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Worthingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey, Leute. W-w-w-w-warte, warte. Und Malu und ihr Team? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar, klar. Hier, schaut mal her. Quod est Superius. Est Sigurd Quod est Inferius. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Oh, geht doch.